hallo und seid herzlich willkommen zurück zu TechKidSkyBlog und gehen wir wieder auf unsere Welt und wir waren jetzt hier in unserem Haus ja was geht da schief sag mal ist TechKid bei mir so langsam kaputt oder willst du mich verarschen immer wenn ich reinkomme geschieht irgendwas komm generiere dich mal fettes Teil alter aber hier da kommen halt auch Unmengen an Sachen ran und ja was mir aufgefallen hat habe ich mal ein paar Folgen von mir angeschaut und da ist mir aufgefallen dass wir was machen wollten und den MFSU machen wollten und den haben wir noch nicht fertig gemacht den mache ich jetzt schnell fertig MFSU also den hier geht ja ganz einfach das Teil wollten wir ja machen das haben wir alles Maschinenblock müssten wir jetzt noch schnell machen aber ja das geht ganz einfach so gut und wo haben wir unsere da eins zwei drei vier vier stück brauchen wir und dann können wir noch aus den vier stück jetzt da wie war das nochmals so nein 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 das teil hier müssen wir herstellen und ach komm jetzt alles kabel vergessen ja wir haben eh 16 stück hier und dann das da kommt glaub hier oder jawohl kommt das da hier das da hier und das hier kommt da nein dahin und der maschinenblock in die mitte dann hätten wir den mfe oder mfe und jetzt brauchen wir nur noch alter cold dust haben wir cold dust müsste wahrscheinlich drin liegen jawohl cold dust so dann hätten wir zwei stück und nein wo müssen wir das rein machen so zwei stück nebeneinander ok hätten wir eins von dem und dann einfach hier in den kompressor der kompressor ist das da hier machen wir den mal rein ja und was mir noch aufgefallen ist das teil hier kann schneller arbeiten wenn wir an dem rotary mix rater haben arbeitet das teil natürlich noch schneller und das ist dann natürlich immer besser wenn es schneller arbeiten kriegen wir schneller mehr emc ran und hier einzig fertig wir brauchen aber zwei mache ich noch schnell eins und dann hier dass er nebeneinander und dass der in den kompressor so und dass wir keine zeit verschwenden hier das machen wir aus oder wie find iron bronze und hin im rief ein iron bronze und hin hier haben wir process brauchen wir einmal einmal haben wir und hin haben wir auch gut wie find iron bronze und hin so und dann kommt es in den extractor oder auch in den kompressor so und dann läuft das schon mal dann hätten wir jetzt schon mal die beiden teile haben wir dann noch einen maschinenblock und dann hier erstmal mit der aufnahme was trinken und jetzt was wollte ich mir jetzt machen den advance cycle dazu brauchen wir clauston redstone lapis und so ein und dann haben wir jetzt noch mal die beiden teile haben wir jetzt zwei stück dann brauchen wir redstone das haben wir mit dem tau oder nein haben wir nicht das wird da drin sein was wir haben keinen redstone wir müssen redstone haben wir haben keinen redstone wir haben keinen redstone ja ok wenn es so ist dann brauche ich noch kurz unser star und da ist nichts drin dann holen wir hier kurz guck mal wieviel diamanten ein stack diamanten haben wir jetzt fertig und und wie kann das da überhaupt aufnehmen ja komm noch ein stack noch einer 5000 sind übrig aber egal redstone meta so das ist jetzt ein fehler aber aber egal so jetzt müssen wir das rein machen und redstone herstellen gleich mal wieder zwei stacks und dann kommt das da wieder rein das haben wir noch neu geholt ja wir haben was die hier hat hatten wir die ne egal ähm dann crafte ich jetzt den da hier und dazu brauchen wir noch kurz das da und das da macht man ja ganz einfach so copper cable haben wir dabei gut so machen wir noch eins von denen refined iron haben wir nicht dabei gut 3 gold ach komm das ist immer krass brauchen wir nicht so let's refined iron wo ist refined iron im ofen hätten wir glaub auch noch refined iron nirgends nirgends oha eisen haben wir eins im inventar eins ist da drin ja gut dann machen wir uns halt schnell noch ein stack eisen so star aussammeln gut und man kann ihn ja verdoppeln mit extragular nein aber mit dem komparesor auch nicht dann war es mit dem maiserator mit einem kann man das ganze zeug natürlich verdoppeln ja mit dem maiserator und ähm das der ja läuft ok wir müssen ja wir können jetzt eigentlich schon den da machen so den da haben wir auch gleich maschinen block den müssten wir haben komm wir haben alles bis auf den maschinenblock nein egal da müsste jetzt wieder was iron dust kohle verarschen 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 hm egal machen wir jetzt erstmal den ofen so schlimm ist es auch nicht so und jetzt was brauchen wir nicht die pistons brauchen wir nicht das holz brauchen wir auch grad nicht kohle das auch nicht sonst die eimer brauchen wir nicht oben ist alles voll so und und einen refined iron haben wir hier sonst noch irgendein refined iron die kischen sind so fast von vollgemüllt mit sachen das ich das so ja das alles voll egal solange der arbeitet wollen wir hier das alles hier schön verbinden das hier funktioniert ja schon so schön das diamanten kommt da ein diamant rein dann geht es stückweise dann wird es daraus transportiert das ist schon mal gut und dann brauchen wir noch von der mobfalle was habe ich jetzt erstmal schlafen und wir sind schon wieder bei zehn minuten kannst du nach schlafen dann esse ich jetzt noch mal was ist ja sondern unter ja und der kleine special von mir der kann bei euch ziemlich gut an ja und das machen wir einfach auch mal spaß so ein kleiner special zu machen ja ich hab zwar auch gegen ganzen tag dafür gebraucht aber ja so schlimm war es eigentlich nicht es kann auch recht einfach einfach die sachen rauszuholen aus youtube ich habe ja die aufgenommen sachen gelöscht und mein speicher voll gemüllt wird und das ist nicht und deswegen habe ich einfach von youtube aus aufgenommen und ja jetzt wollen wir nur noch den hier so haben wir eigentlich auch noch alles nein lapis lazuli lapis lazuli müssten wir noch voll viel haben dazu brauchen wir zwei so und dann können wir das eigentlich auch schon machen hier vier redstone und wir hatten den noch nicht fertig weil uns refined iron gefehlt hat so aber jetzt können wir ihn fertig machen so und refined iron in die mitte dann hätten hätten wir den und dann hier zwei close stone zwei lapis und vier redstone dann hätten wir den da und dann brauchen wir eigentlich nur noch von denen hier ja aber dazu brauchen wir erst mal richtig viel von denen dazu hole ich erstmal mein ganze körper so und dann so hier kommt erstmal richtig viel machen so hier sechs ja mehr gibt es nicht und dann noch da redstone sechs stück hätten wir jetzt wieder und dann brauchen wir den ganzen lapis lazuli ein crystal machen müssen dann machen wir erst mal hier so ein paar diamanten so acht stück sollten reichen so jetzt erstmal einfach voll mit denen und wie macht man die okay wo sind unsere elektronik circle da drei stück können wir uns natürlich wieder machen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so und dann wieder den da den und den hätten wir jetzt vier stück schon und sechs stück brauchen wir also noch zwei stück noch zwei stück dann haben wir es und dazu brauchen wir noch auch copper kabel haben wir noch irgendwo rubber oder körper kabel rubber und körper brauchen wir jetzt noch körper haben wir im inventar das ist gut so mache ich uns gleich mal wieder ein paar so und dann von denen da macht man die so so und dann zwei redstone und refined iron so und diese folge ist auch wieder zu ende also macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao